Ich arbeite bei der AMAG Informatik und bin tätig als On-Site und VIP-Supporter. Da in den nächsten zwei bis drei Jahren eine Leitungsstelle anstreben, habe ich mich demzufolge für eine Weiterbildung als Business Engineer entschieden. Im Rahmen meiner Diplomarbeit durfte ich für die AMAG das neue Arbeitsplatzkonzept für das Projekt Helix mitentwickeln. Das Projekt Helix ist eine Zusammenführung von vier verschiedenen Standorten im neuen Bürohaus. Dort streben wir Mobilität und Flexibilität dazu, damit wir auch den Shared-Desk-Prinzip anwenden möchten. Ich würde jedem eine Weiterbildung empfehlen. Es bringt im Bereich Erfahrung, ob es fachlich oder menschlich ist, sehr viele Vorteile. Musik 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 Musik